Der noch nie dagewesene Ausschluss von Journalisten von der Berichterstattung des Wahlabends im Parlament nimmt immer größere Ausmaße an. Jetzt hat sich der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer mit einem offenen Brief an den Bundespräsidenten und seinen Kollegen im Parlament gewandt. Wie berichtet, hatte der ÖVP-Geheimdienst DSN mehreren Journalisten freier Medien die Teilnahme an der Wahlberichterstattung aus dem Parlament am Sonntag untersagt und damit in vielen Augen einen regelrechten Anschlag auf die Pressefreiheit verübt. Auch seitens der Parlamentsdirektion zeigte man sich verwundert über die Begründung aus dem ÖVP-Innenministerium, diese Personen aufgrund einer vorgeblichen Anschlagsgefahr an der Berichterstattung zu hindern. Hofer machte in seinem Schreiben auf die Unantastbarkeit der Pressefreiheit und den Schutz der Gewaltentrennung aufmerksam. Wörtlich sagte er, Die Entscheidung des Innenministeriums, mehreren Journalisten am Wahlabend den Zugang zum Parlament nicht zu gestatten, offenbart eine besorgniserregende Entwicklung. Hier geht es um das Verhältnis von Freiheit und Macht, um die Gewaltenteilung und um den Platz der Pressefreiheit in einer demokratischen Gesellschaft. Hofer ersuchte Alexander van der Bellen sowie ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures von der SPÖ ihre Stimme zu erheben. Er forderte sie auf, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Grundrechte der Bürger und die Unabhängigkeit des Parlaments unantastbar bleiben. Es gehe hier nicht um Parteien oder politische Lager, es gehe um das, was unsere Republik ausmache.